So, und damit herzlich willkommen zurück. Sieht schon geil aus, das Game. Ja, Horizon from Bitten West, das ist super. Ähm, b-b-b-b-bam, ich muss nur gucken, wo ich wieder so ein Breitmaul finde. Da ist wieder eins. Ich könnte natürlich gucken, ob ich es diesmal anders mache. Und die Dinger fallen von dem Teil hier einfach ab. Die Frage ist nur, wie lange bleiben die liegen hier? Ähm, ähm. Japp. Tschüss. Ah, der hat gesaugt, dieser Lümmel. Gut, jetzt müssen wir zu kurz zurückkehren. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, mich mit dem zu boxen auf der anderen Seite. Mh, aber weißt du was, drauf geschissen, das machen wir. Doch, das machen wir jetzt. Darauf habe ich jetzt Bock. Ah. Würde zwar nichts sagen, aber... Das hat wehgetan. Komm, mach's Maul auf. Oh, komm schon. Oh. Das kriegen wir hin. Hallo. Wie? Ich habe keinen Metallbiss. Boah, ist das mies. Ich glaube nicht, dass der was, dass der Probleme mit Feuer hat. Oh, der hat gesessen. Das war eine dumme Idee, mich mit diesem Dicken anzulegen. Oh, komm schon. Oh. Oh. Immer noch nass. Was? Och, ja. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Alter Schwede. Ja, man kann's übertreiben. Alter. Ich will's ja nicht sagen, aber holy moly. Kann ich die Mut auch irgendwie aufgeben? Oder muss das jetzt laufen bis zum Ende? Ich will aber hier nochmal hin, weil das nämlich ziemlich stark in der Nähe ist. Also keine Ahnung, was da draußen jetzt los ist. Muss ich nur gucken, ob ich da irgendwie hochkomme. Weil da sieht irgendwie aus, als könnte ich hier hochgehen. Da geht's auf jeden Fall hoch. Die Frage ist nur wie. Nee, da muss ich wahrscheinlich außen rum. Schade. Aber ich will auf jeden Fall noch dieses, zu diesem Dingsbums. Krommelwurz Brutstättengedöns. Ähm. Oh. War das also die Höhle? Okay, schade. Also, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, naja. Ich hab's, was du brauchst. Keinen Moment zu früh. Was ist mit was? Der schläft. Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begrabe. Aber jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Hm. Gut. Da geht's doch nicht. Die Tage geht's so. Ich bin doch echt so schlecht zum Zielen. Ah, da war der Pfeil zu schnell, du Lübbel. So, zwei weniger, der ist noch am Brennen, dann erlösen wir ihn mal von seinem Leid, sieht ganz gut aus. Warum treffe ich diesen Kotzenknülls nicht? Fuck. Ja, ich hab doch keine... Ich hab'n Problem. 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 Fuck. Ich bin aber auch echt zu blöd zum Kacken, ne? Ich hab'n Problem. Ich hab'n Problem. Ich hab'n Problem. Ich hab'n Problem. So, wo sind hier noch ein paar Gegner? Da. Ich hab'n Problem. So, jetzt erstmal. War okay. Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg. Schulden wir denn noch dir, Jägerin. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Nur ein paar Teile gebracht. Aber dennoch sollst du den hier haben. Er hat meinem Volk gedient. Und wird dir dienen. Ich pass' drauf auf. Achte auf dich. Super. Das lief doch nicht so gut wie gedacht. Aber immerhin etwas. Wähigkeiten. Jägerin. Was haben wir denn als Jägerin noch offen? Ja, das baut jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, mit Jäger bin ich... Müsste ich eigentlich fertig sein. Wären Waffen mehr Schaden? Was haben wir hier? Auch... Schmetternder Schuss. Oh, der ist gut. Warte mal. Ist das etwas Passives oder so? Schmetternder Schuss wäre schon ganz geil. Aber mit welchem Jägerbogen? Eure... Einen speziellen Fall, der keinen Schaden anrichtet, aber Maschinen taumeln lässt oder niederschlägt. Was hier anfällig Folgeangriffe macht. Jaaa, das klingt ganz gut. Ähm... 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 Naja... Ich will hier erstmal alles hier... Ab... Rasen. Ja, Gesundheitsdränke habe ich ohne Ende. Das ist... Das ist, glaube ich, das geringste Problem. Metallschirmen sollte ich eigentlich auch mehr als genug haben mittlerweile. Ah, jetzt haben wir doch schon wieder ein bisschen Stuff. Das ist doch schon mal super. Also grafisch einfach bombastisch. Bombastisch. Äh... Welche Pflanzen meinst du? Maschinenmuskel... Joa, haben wir alles. Das haben wir auch. Super. Ne, lief ganz gut. Kann ich mich nicht beklagen. Ah... Uh, was ist denn? Begeb dich nach Äther zu den Koordinaten. Nee, so weit will ich eigentlich noch nicht gehen. Sieht aber, glaube ich, so aus, als könnten wir da so jetzt wirklich mal anfangen. Ja doch, nee, das machen wir. Da müssen wir hier hin. Den müssen wir überbrücken. Das sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, da können wir sogar vielleicht mal gucken, ob wir hier hinkommen. Dann kann ich unterwegs schon mal das ein oder andere angucken. Hm, hm. Fuck. Lass mal. Blecht. Blecht. Oh, mach. Okay, come on. Willst du mich eigentlich hier komplett rollen? Was habe ich denn hier überhaupt für Beile ausgerüstet? Was habe ich denn hier überhaupt alles für Statuswerte? So, wo ist der andere Lümmel hin? Ja, jetzt wo ich vorbereitet bin, ihr Wichslappen. Klar kommt her. Das ist super. Ich habe keine... Ich habe keine Bären mehr. Habe ich echt alle verbraten, weil ich wie ein Vollidiot da reingerannt bin. Ich habe keine Bäre. Natürlich. Das war ein Routhouse. Okay, ich leg auf. Alter, ich würde doch jetzt sterben. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wie viel sind es denn noch? Sag mal, könnt ihr euch verarschen? Das ist ja unfucking fassbar hier. Habe ich noch irgendwas? Nein, natürlich nicht. Warum bin ich denn so schlecht ausgerüstet? Nein, das wollte ich... Wollte ich jetzt so eigentlich nicht machen, aber von mir aus... So, weg mit der Sau. Eelner Knödel. Ich glaub, es geht los. Ah, ne armer Utau-Kämpfer. Hätte ihm gerne geholfen. Ich hab keine Ahnung wie der da gestagert ist. Aber okay. Nehm ich mal so hin. Ist noch nicht mal das, was ich gefunden hab. Oh, komm schon. Schade. Ich hätte den Boys hier gerne geholfen. Aber okay, dann ist das halt so. Kann man nix machen. War eigentlich nicht gut genug vorbereitet. Ich muss erst mal wieder ein paar Bären pflücken. Gummibären wachsen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Naja, sind hier jetzt keine Gummibären. Aber wer weiß, vielleicht haben Gummibären ja auch eine heilende Wirkung. Ich glaub ich sollte ein bisschen vorsichtiger und dafür langsamer hier runter... äh hier rumlaufen. Einfach aus dem... Aus dem Aspekt her... Irgendwann brauche ich dich. Das stimmt. Gut, schweinig getroffen, darf leben, lass ich in Ruhe. So... So... Hier hab ich doch schon wieder irgendwas gesehen. Oder mich hat irgendwas gesehen. Glanzsplitter... Die Frage ist nur, was hat mich da hinten gesehen? Und eigentlich sollte mich der da hinten nicht gesehen haben. Ja, aber warum? Und wer? Glanzsplitter ist hier. Das nehm ich auch gerne mal mit. Die sollen teuer sein. Ich kann hier also auch hoch. Versunkene Höhle, ruhelos Wildnis. Versunkene Höhle. Ja, ich brauche erst ein Atemgerät. Sonst komme ich da nicht durch. Das ist ein bisschen schade. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ich halte dich als Vorrat. Aber wer oder was? Ich bin gar nicht da. Kühdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Kann ich nicht kommen sehen. So, der ist schon mal weg. Der wird auch bald weg sein. Wo ist der nächste? Komm schon. So. Wollte schon sagen, der müsste doch schon längst tot sein. Ich brauche dringend irgendeinen Perk oder so, womit ich wesentlich mehr Zeug herstelle. Der hat wehgetan. Autsch. Den habe ich echt nicht gesehen. Tut mir leid, Aloy-Mäuschen. Vielleicht kriege ich ja trotzdem was, was mir hilft. Hm. Sieht alles nicht so rosig aus. Na, immerhin. Besser als gar nichts. Und da wollen wir mal weiter erkunden. Aber ich gucke gleich mal, wie lange wir schon da... ...Aufnahme sind. Rucksack ist voll mit Bären. Ne, noch nicht. Jetzt auch wieder eine Ruine. Interessant. Interessant. Ach ja. Horizon. Das war schon immer ein schönes, schönes Spiel. Das war vielleicht nicht so eine kluge Idee. Fallenreiter. Graser. 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 Ganz schön flink, der Lümmel. Fuck, warum immer zu zweit und zu dritt und zu biert? Alter. Alter. Ja, natürlich. Nichts habe ich beide treffen können. Jetzt machen wir es einfach so, wir treffen einfach alles. Ja, ganz genau. Oh man, wie ich... Ich kann sagen, was du willst, aber die halte ich... Die Balance, wo das Kenntnis Spaß gemacht hat, haben sie halt kaputt gemacht, weil sie meinen, Dark Knight kopieren zu müssen. Hauptsache schwer. Wir spielen auf Normalleute. Das hat nicht gereicht. Nein. Oh. Oh, mach ich denen keinen Schaden, verdammt nochmal. Ja, natürlich. Unfucking fassbar. Oh, dann muss ich dringend auf Toilette. Weißt du was, das mach ich jetzt auch. Achso, ja, das muss ich ja nicht machen. Hier, Leute, bis zum nächsten Part. Macht's gut, ne? Tschüss.